Wie kann man hauptberuflich Glücksbringer werden? Erraten! Es ist der Rauchfangkehrer. Schwarz ist bunt genug. Der Rauchfangkehrer bringt Glück und Zufriedenheit und das zu jeder Zeit. Anfangs galt dieser Beruf als Wandergewerbe und ab dem 17. Jahrhundert erfolgte die Berufsausbildung verstärkt ortsgebunden. Da es mehrmals zu Stadtbränden gekommen war, wurden im Spätmittelalter bereits die ersten Brand- und Feuerordnungen eingeführt. Der Rauchfangkehrermeister Ingenieur Gerald Fuchsjäger aus Krieglach und die Rauchfangkehrermeisterin Andrea Freis aus Aflens wissen einiges Interessantes zu berichten. Ein Russkehrer mit einer Leiter und einem Besen in der Hand, so kennt man ihn im ganzen Land. Warum Glücksbringer? Der Rauchfangkehrer bringt Glück, da er Brände verhindert und das schon seit Jahrhunderten. Durch seine Care, Reinigungs- und Überprüfungstätigkeit verhindert er Brände, schützt die Gesundheit der Bürger und ist praktisch nichts anderes als die älteste Form von Privatisierung öffentlichen Interesses. Und wie hat sich das Berufsbild im Laufe der Zeit verändert? Von der Care-Tätigkeit, praktisch vom Rußkern hin, ist es immer technisierter geworden. Es ist viel mehr Technik dahinter, viel mehr Verantwortung, Überprüfungstätigkeit, so wie alle Berufe hat er sich sehr stark gewandelt. Aber wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Seit wann gibt es auch Rauchfangkehrerinnen? Was verrät die Statistik? Natürlich gibt es nach wie vor mehr Männer als Frauen im Beruf des Rauchfangkehrers. Es ist natürlich aber auch so, man kann sagen so um die 80er Jahre hat es begonnen, dass wir Frauen auch den Beruf für uns entdeckt haben. Das hat damit begonnen, dass sich einfach die Technik geändert hat, die Arbeit körperlich nicht mehr so schwer gewesen ist und somit ist das für uns Frauen natürlich auch interessant geworden. Man kann ca. sagen, so statistisch gesehen, 15 Prozent der Rauchfangkehrer-Betriebe in der Steiermark werden von Frauen geführt. Bei den Gesellinnen ist es vielleicht noch ein bisschen weniger, aber im Laufe der Jahre von den 80ern jetzt weg, in den letzten Jahrzehnten, haben die Frauen eigentlich immer wieder kontinuierlich, langsam aber doch, aufgeholt. Und man kann auch rechnen, dass auch um die 10 Prozent der Rauchfangkehrergesellen weiblich sind. Wie schaut das Tätigkeitsfeld eines Rauchfangkehrers im 21. Jahrhundert aus? Neben den herkömmlichen Klärtätigkeiten, wie das Entfernen von Verbrennungsrückständen in Abgasanlagen und Feuerstätten, ist unser Tätigkeitsfeld viel erweiterter. Es ist viel Überprüfungstätigkeit, wie zum Beispiel Abgasanalysen bei Festbrennstoff-, Öl- und Gasfeuerungsanlagen, Tichprüfungen bei Abgasanlagen, Überprüfung, ob genug Verbrennungsluft zuströmt in den Häusern und es geht bis hin zu Blauertortests. Und wenn sich Jugendliche für eine Rauchfangkehrerlehre entscheiden, wie lange dauert die Lehre und wo ist die Berufsschule? Die Lehre dauert drei Jahre. Es ist angedacht, ein viertes freiwilliges Lehrjahr anzuhängen. Dieses Lehrjahr wird dann in Richtung Energieberatung gehen. Die Berufsschule selbst ist in Murau. Wir in der Steiermark haben eine eigene Berufsschule für die Rauchfangkehrer. Ein Küchenjahr muss dreimal jährlich in der Heizperiode gekehrt werden. Diese Tätigkeit kann auch der Besitzer selber durchführen. Der Rauchfang muss aber vom Rauchfangkehrer gekehrt werden. Bei Zentralheizungsanlagen hingegen ist auch die Feuerstätte vom Rauchfangkehrer zu kehren. Bei Neuerrichtungen von Feuerstätten, aber auch Beänderungen an der Gebäudehülle ist nachzuweisen, dass das ausreichende Nachströmen von Verbrennungsluft sichergestellt ist. Das kann mithilfe der Differenzdruckmessung erfolgen. Die wiederkehrende einfache Überprüfung laut steiermärkischem Feuerungsanlagengesetz setzt sich aus einer messtechnischen und optischen Überprüfung zusammen. Da wird überprüft, ob die vorgegebenen Emissionswerte eingehalten werden und die Heizung den Umweltstandards entspricht. Das sind wesentliche Maßnahmen für den Klimaschutz. Einmal im Jahr sind die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten bei Gasanlagen durchzuführen. Dabei werden die Abgasanlage, der Wärmetauscher, aber auch der Siphon überprüft und gereinigt. Die Gasleitung wird elektronisch auf Dichtheit überprüft und mittels Inspektionskamera optisch auf schadhafte Stellen kontrolliert. Und wenn ein Rauchfangkehrer Geselle Meister werden möchte, wie und wo kann er diesen Meisterbrief erwerben? Man muss nachher eine Meisterprüfung absolvieren. Dazu gibt es einen bundeseinheitlichen Meistervorbereitungskurs. Der ist auf jeden Fall zum Empfehlen, dass man den zuerst absolviert. Der ist der Vorbereitungskurs auf die Prüfung nachher. Dementsprechend ist die Prüfung selbst nachher in fünf Module aufgeteilt. Da hat man die fachlich-schriftliche Prüfung, man hat den fachlich-mündlichen Teil und den fachlich-praktischen Teil. Und mit dieser Ausbildung erwirbt man dann schon einmal den Meisterbrief und kann als Meistergeselle in einem Betrieb arbeiten. Selbst einen Betrieb führen, da muss man noch zwei weitere Module, das ist einmal das Ausbildnermodul und einmal die Unternehmerprüfung noch dazu machen. Dann kann ich auch einen eigenen Betrieb als Rauchfangkehrer Meister führen. Der Rauchfangkehrer ein willkommener Gast. Warum? Der Rauchfangkehrer schützt nicht nur das Haus, sondern auch die Gesundheit der Menschen. Immer wieder hört man von Kohlmonoxidvergüftungen. Die Care- und Überprüfungstätigkeit des Rauchfangkehrers hilft bei der Verhinderung solcher schwerer Gesundheitsschäden. Wie man sieht, ist der Beruf eines Rauchfangkehrers hochwertig und attraktiv. Man muss vor allem viel Können und viel Wissen.